Hallöchen, ihr schönen Menschen! Moment, wo bin ich denn? Was? Schöne Grüße von Janett! Achso, ich bin momentan leider krank, muss Dring Go Talk ankündigen für den 29.03. Diese Nachricht zerstört sich in 10 Sekunden von selbst. Boah! Hallöchen, ihr schönen Menschen da draußen! Ja, wie ihr gerade mitgekriegt habt, ist die Janett leider noch ein bisschen angeschlagen, weswegen ihr euch erstmal mit mir zufrieden geben müsst. Aber keine Sorge, ihr müsst keinenfalls auf den dieswöchigen Go Talk verzichten. Er wird lediglich nur auf Freitag verschoben und bis dahin sollte Janett auch wieder fit sein. Also, jetzt mal alle Infos der Reihe nach. Der Go Talk findet diese Woche am Freitag, den 29.03. um 20 Uhr statt. Thema ist dieses Mal Community Arbeit, zum Beispiel auf und via Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Skype und wie sie alle heißen. Womit kann man welche Leute erreichen, beziehungsweise die Leute erreichen, die man erreichen will und so weiter und so weiter. Wir wollen ja nicht zu viel vorweg greifen, gell? Nächste große Frage natürlich, wer wird dabei sein? Zum einen natürlich unsere reizende Moderatorin Janett, welche Unterstützung von ihrer Co-Moderatorin Julia aka MainstreamTV kriegt. Zum anderen wird noch der liebe Kai von Nord-Punkte dabei sein und der gute BiomaTV, der mit seiner Videoantwort überzeugt hat. Last but not least werde auch ich, Lisa aka Jonisch mit von der Partie sein und was? Was? Unwahrscheinlich wieder andauernd dazwischenquasseln. Hey! Wenn er es zeitlich schafft, wird er eventuell auch der tolle Alexi Beksi mit on Board sein. Ankündigung nur unter Vorbehalt. Ja, und wo soll das Ganze stattfinden? Natürlich hier am 29.03. um 20 Uhr auf www.youtube.com. Moment noch! Janett ist Community-Arbeit für ihren GoTalk sehr wichtig. Deswegen könnt ihr ihr gerne noch Ideen über zum Beispiel Twitter unter dem Hashtag GoTalk zukommen lassen. Dort seht ihr übrigens auch, wenn in eher unregelmäßigen Abständen eine Chatrunde zum Thema via Tai-Chat gemacht wird. Die Anmeldung bei diesem Portal ist nicht nötig, um mitzuchecken. Wir freuen uns auf euch am Freitag bei GoTalk.